Ja, für mich ist es jetzt viel leichter, weißt du? Die Leute haben sich an mich gewöhnt. Auch Ludwig. Ja, auch Ludwig. Eigentlich ist es ganz einfach. Man muss sich nur nützlich machen. Ohne Dolmetscher. Aber ja, auf den Dolmetscher könnte ich verzichten, aber nun ist er eben mal da. Wegschicken kann ich ihn ja nicht. Ich mache das für dich, ja? A co właściwie ta Pani robi tak? Przez cały dzień? Niemka? Ona ist RFN-u. Anzeichen, die Paniin-u. Was ist da überhaupt nicht? Wir haben eigene Paniinhendäten. Was sind wir die Niemke?